ich habe keine ahnung wo ich bin wieder am anfang wo ich eine art brücke oder irgendwas vergleichbares für meinen blöden vorsprung herkrieg ganz großes kino jetzt ist musik hier veralbert mich nicht halt nein nein nicht da diese seite ist richtig diesmal habe ich es rechtzeitig etwas früher gemerkt so jetzt kommt mir die musik voll aufdrehen nicht vorher die ganze zeit keine hatten herrgott noch mal der hier sieht fast als könnte man den da hinschieben aber auch nur fast warum fallen diese felsen nämlich immer in meiner nähe w-w-was ach schau mal an da ist ein kleiner tunnel da könnte ich vielleicht durchkriechen ist es denn die möglichkeit meine fresse das suchen hat sich gelohnt verdammt wo muss ich lang ne wie lang ist er verdammt nochmal wo geht es hier weiter da ist der gang es geht euch hier rum da lang und hier ist irgendwie da geht es weiter meine fresse wenn das kein mannerei ist ernsthaft ein feuer amulett okay die geben gut geld ernsthaft ist doch ein witz gut ich habe hier natürlich auch ein bisschen blöd angestellt diesen tunnel nicht zu sehen aber das war alles auweia ich meine im letzten lagen sind die dinger gedroppt die feuer amulette ich habe zig davon verkauft und vier stücke mit einer bank also im koffer ich brauche keine mehr ich habe genug so viele wie ich brauche kein maximal war ja ist doch nicht wahr das finde ich jetzt unschön nein lasst mich so jetzt verpiesel ich mich hier nach rechts mehr nein halt ihr war jetzt nicht weiter Mist die musik kommt mir voll aufdringlich vor jetzt wo wir so lange keine hatten hat ihr es eben schon gesagt und da doch hier und tschüssi verkaufen ich freue mich darauf die ganzen stäbe loszuwerden wahrscheinlich hassen sie uns jetzt alle so von wegen nein ihr habt den feuerdrachen getötet er hat das dorf immer gewärmt und da müssen wir fliehen wegzuschuppen wegzuschuppen so so eigentlich bringe ich ihm keinen umsatz weil er muss mir den ganzen schweiß bezahlen regenstab feiermullet regenstab 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 ein behalte ich weil von wegen den ganzen na wer ist es äh falls zu oder irgendwer anders noch stäbe benutzen kann zwei davon haben wir sind aber ganz schön 50 gp ganze truppe heilkräuter 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 gut soweit so gut zählen wir nicht mannereier in der bank nein waffen habe ich schon alles rüstungen wie viel geld habe ich eigentlich 30.000 hoho genau gibt normalen angriff zurück ich hätte vielleicht handel machen sollen das muss ich den ganzen scheiß verkaufen Mist äh ja das ist mir vorhin aufgefallen da hatte ich mich doch gewundert dass ein paar hunde plötzlich äh dass denen ein paar hp gefehlt haben ne ich glaube das ding gibt äh man kriegt zwar schaden wenn man angegriffen wird mit einem normalen angriff aber halt auch reflektiert ne also man kriegt man kriegt mein wegen acht schaden und der gegner auch deswegen fehlt denen halt ein paar hp ist das ganz witzig bei bossen wenn deren normale angriffen dann so 20 30 ziehen ist das schon ein nettes nettes extra sag ich mal und vor allem haben das jetzt all meine chars hat jetzt echt auf alle ausgeweitet für alle welche gekauft bekommen jetzt muss ich einen koffer will jetzt erstmal diese ganze unnötige ausrüstung loswerden die ich jetzt erstmal nicht brauche jetzt sowas oder sowas so ein altes messer windmesser genau das wassermesser ist das stärkste das kann weg das kann weg der kann weg ne ich will immer eine neutrale waffe dabei und falls ich mal irgendwo hinkomme wo echt ein gebiet ist wo all meine elementaren waffen nichts taugen und nur so zwei drei schaden machen dann ist es gut wenn man eine schwache waffe hat die selbst wenn man gut wenn man eine waffe hat die neutrale ist selbst wenn es nur eine schwache waffe ist so gut jetzt können wir uns um die ältesten kümmern die uns so nett opfern wollten ich meine hey sie haben uns selbst die reisekosten gezahlt auf ihre weise ach so ach jetzt hier panik mein geist mein geist bleib weg sucht uns nicht ein wuuu panic du siehst hier her deswegen ich ich nenne den weg wegen what the fuck jetzt freut sich plötzlich dass wir wieder da sind boah die sind aber auch so ein bisschen schlimm ne also alle leute hier so ja nur am rum tuteln und rum partieren das ist echt so kein gutes vorbild weißt du ja ich kenne den Weg und zu tolles paar genau ja 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 Was? Hat er gesagt? Leider dürft ihr nicht bleiben? Was? Hä? Wahrscheinlich nur ein Übersetzungsfehler. Ja, natürlich gehen wir raus. Hier ist doch mindestens angetrunken. Mindestens. So, jetzt muss ich aber auf diese Insel. 100 Prozent. Oh. Ähm, ich hoffe ihr hört das Gerumpel nicht. Ähm, vor meinem... Egal. Oh, Zuff. Ja. Einsam in der Insel. Danke. Naja, die paar haben wir jetzt den letzten Abend schon lange schon. Oh, du bist alleine. Tadaaa. Sooo. Hehehehe. Entschuldigung, ich versuch jetzt meins zu bleiben. Hoppla. Wir haben ja gar nicht übersetzt. True. Gut. Ah! Ich weiß, was ich bin. Stammel, Stammel, das ist jetzt wirklich nicht falsch geschrieben. Haha, ja, 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 ja. Warum hört die Musik auf? Oh, okay. Oh, okay. So, jetzt bin ich auch gespannt. Da, da, da. Ich glaube, sie mögen nicht Justin, sondern den, egal. Ach, ja. Ja, ja. War's das schon? Oh, das war ja ein kurzer Dialog. Kurzer Dialog, hoffe. Und so wieder auch rumkitteln. Ja, du hast keinen Plan von dem, was du tun. Ja, ja, ja. Party Party Hard. Gott. Ja, ja. Ja.